Und Christina Bontas jetzt am Schwebebalken. Für sie gilt auch das, was für Daniela gilt. Furios, der Aufkampf. Toll. Die 15-Jährige, die mit Sicherheit in der Zukunft ganz vorne erwartet wird, die das Zeug dazu hat, vielleicht noch stabiler werden muss in ihren Schwierigkeiten. Zwei Spralzeiten hintereinander. Zwei Spralzeiten Und der Abgang? Jawohl. Diesen Namen sollten Sie sich merken. Wir werden sie auch noch öfter sehen in den Gerätefinals. Cristina Bontas aus Rumänien. Einen schönen Wettkampf hat die 15-Jährige hier abgeliefert. Hier noch einmal ihr Angang. Spektakulär. Menni Kelly, Menni Kelly. Spreitseiltor, Spreitseiltor.